Dadurch, dass wir jetzt eigentlich eh da keine Munition mehr haben, können wir uns eigentlich ruhig für das LMG auch entscheiden. Ja, genau. Wow, das verzückt ja mal. Alter, die 60 Schuße waren definitiv spürbar jetzt. Bist du ungarisch. Ha, war er geil. Nicht schlecht. Und was kriegt man next? Ah, wieder sowas. Das ist auch gut. Vielleicht kriegt man bei Kisten dann vielleicht sogar noch bessere Puffen. Das war super, deshalb wusste ich mir jetzt immer nix aus. Jetzt haben wir froh, dass wir jetzt Level 10 sind. Richtig geil. Schau, dass wir da irgendwie auch verkündet haben. Irgendwo musste. Ich muss doch irgendwo ein Leiter geben. Mal schauen. Ich will unbedingt in den Turm auch. Aber es wäre definitiv nicht schlecht. Da kriegen wir vielleicht auch noch eine Fähigkeit noch dazu. Die andere drüben will ich definitiv. Definitiv. Aber dann haben wir nur ein Gründer drüben. Nein, 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 ich sehe nur die andere. Passt. Ah, da. Besser runterrutschen. Ja, definitiv. Das hat sich zwar jetzt ein bisschen komisch angehört, weil wir sind noch nicht gerutscht, aber Hauptsache, man hört die Animation. Bombe. Perfekt, scale credits ist auch in Ordnung. So, jetzt bin ich dann aber gespannt, wie wir da raufkommen wollen. Dann heißt es mit Heli. Ah, perfekt. Kann ich auch? Ja, der Lift ist, glaube ich, nicht einsatzbereit. Na gut, passt. Aufwärmen uns. Wartet, so klug geht keiner mehr auf uns. Das ist eh wurscht. So. Ah, jetzt dürfen wir Leiter benutzen. Nee, Leiter nicht. Da haben wir mal was. Ja. Ja, ich muss definitiv noch eins weiter rauf. Das ist ein ganz wichtigen Bereich, oder was? Passt du? Einmal. Zweimal. Na, zeig einmal her, hallo. Zeig einmal die gute Ware. Wieder eine neue Fertigkeit. So, was haben wir denn da Schönes? Ah, wie wir ein Aufsätze finden. Ja, ja, ist ein Tätorial. Das Tätorial müssen wir sich dann auch nochmal bieten, ne? Ah, Information. Uh, LMG Kompensator. Schau dir das an. Eh gut. Eh gut, dann für eine LMG. Was dann brauchen. Ah. Hab ganz vergessen, das eine hat nur ein Item. Erstmal zu unserem Item-Hoverer. Da müssen wir noch... Ah ja, voll zum Drohnen-Frag. Was ist mit daheim? Wo ist das Drohnen-Frag? Ah, na, das ist eh das I. Das wird fix das I sein. Das Drohnen-Frag. 100%. Ne, nicht einmal. Wo ist das? Also. Ja, und wir sind da. Wo ist das Drohnen-Frag? Okay, also beim anderen Eck. Hoffen wir, dass ich jetzt richtig gehe. Ich glaube eh nicht, aber ist ja wurscht. Wir müssen einfach nur irgendwie beim Rand. Ah. Aber das ist aber das andere Drohnen-Frag. Das ist aber nicht. Oh. Okay. Jetzt gehe ich mal zu dem Kreis. Weil ich habe die Hoffnung, dass bei dem Kreis... Ah, da ist sie ja eh. Na, schau. Und das war auch das andere. Da. Jetzt einmal auch die Information. Können wir da rauf? Ah, da kann ich nur noch raufekraxeln. Schau dir das auch. Da haben wir noch einen Entren zu sammeln. Hallo. Danke. Danke. Ah. Ah. Ah, Sprengsatz. Das kann man ja gut gebrauchen. Vielleicht für später. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Kann ich da gerne um mich kraxeln. Ah, teilweise wird es so Bombe. Ja, 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 genau. Welche Richtung? Wie viele Meter? No, da bin ich so eh nix. Ja, Gott sei Dank. Komm, ich bin wenigstens die. Wo schon da auch kaputt in einer Sackgasse geraten. Die ist ja nicht schön. Und da können wir ja eh wieder raufekraxeln. Jetzt bin ich gespannt, wo es uns denn wieder hinführt. Vielleicht, ob wir da an die Information gesammelt haben. Reichlich, damit wir den dann ausfindig machen. Norbertdorf. Ah, ist klar. Information, wir kommen. Satellit, wir kommen. Da haben wir es. Wir schauen. Na, dann schauen wir mal. Und, hey. Da hat wahrscheinlich kein Schimmer, was er da macht auf dem Computer. Aber hey, ja, passt. Oh, erreichen sie den Treffpunkt. Alles klar. Ich muss zurück zur Hill. Überlegen, wie es weitergeht. Na, warte. Wenn wir zu ihr zurück müssen. Okay, das ist wieder mit der Werkstatt. Steinschad. Da. Okay, 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 okay. Ja, da haben wir kein Schneereisepunkt. Alles klar. Könnten wir eigentlich auch mit dem Fahrzeug hin. Ja, machen wir es lieber auf den Chat. Machen wir es lieber auf den Chat. Bevor das hier noch irgendwas bricht. Alter, wie man das rutscht und schon davor hört. Geh krumm, alter. Geh krumm. Ach, da haben wir noch eine Kiste. Ja, da gehen wir auch gleich. Ah, das ist aber auf A-Zug mit einem Geschützen. Muss man aufpassen. Okay, da sind noch zwei Gegner sind da noch. Sollten wir, sollten wir nicht aufpassen. Wir können ja nicht wissen. Wir können ja nicht wissen, wie die uns jetzt ein kleines Wash gehen werden. Ah, aufgeschlitzt, oh, not at all. Ah, ein Vieh, ne, schau dir das an. Sehen wir nicht, aber er ist hier. Ah, wieder Fertigkeit erhalten. Der Pistone ist. Da, da kaufen wir dann einen Pistotepper. Uiuiuiui. Da kaufen wir den Hundertotten Sachen. Ah, die, kommen wir auf, okay. Ah, setzt ihn mal um. Okay, umsetzen kann er. Ah, Fahrer will ich sein, hallo. Wo ist er weg, hat er? Jetzt bin ich einfach gespannt, wie schnell er ist. Ah, so richtig Unterschied merkt man jetzt eigentlich nicht. Wirklich. Aber man, hey, es ist um einiges laut. Definitiv um einiges laut, weil die hier ganz gehen. Aha, ja. Da, da ist irgendwas los. Da ist irgendwas los. Okay, da wird mir nicht einmal anzeigt, ob der Gegner ist. Also, ich einfach auch davon aus, dass ich einfach auf Chibi-Vanile mäßig da einfach herunter spazieren kann. Also, ich glaube, da muss ich da noch extra. Jetzt gibt es gar nichts. Ich glaube aber, nein, nein, nein. Das ist gar nichts. Nein, nein, nein. Ha! Geil. Brauchen wir alles, nein. Geh, bitte. Und schauen wir was Gutes. Nein, nein, keine blaue Schwurchen. Na, schau. Ist schon alles blau. Wahnsinn. Na, was ist das? Ich habe unsere Leute gefunden. Johnson. Weaver. Das waren gute Männer. Verdammt, was hat Walker vor? Er ist durchgedreht. Seit dieser Sache damals mit Worn. Ich hätte ihn stoppen müssen. Du weißt, wie Worn drauf war. Alter, erzähl sie, erzähl! Ja, aber... Ich will alles wissen. Es hätte nicht so laufen müssen. Ja, komm schon, Flashback! Flashback, Flashback, Flashback! Ich will den Panischer sehen, ja! Was ist hier los? Da war... Da war... Ich dachte, jemand schießt auf mich. Das ist unser Dorf, Worn. Das sind doch Verbündete. Sie war bewaffnet. Sie hatte eine Waffe. Tja, ich kann keine sehen. Nein, sie hatte eine Waffe. Seht ihr? Ich hatte keine Wahl. Alter! Scheiße! Das reicht. Du hast schon mehr als genug von meiner verdammten Zeit verschwendet. Nein, das kannst du nicht machen. Das ist deine Schuld. Nein, das ist deine Schuld! Du hast mich schikaniert! Oh Gott. Immer weiter getrieben, du kannst... Du wirst... Oh Mann, mein Dad wird erfahren, was du mir angetan hast. Du erbärmlicher Wurm. Holst du dich bei Daddy aus? Ist es das, was du vorhast? Jedes Mal, wenn du verkackst, gibst du dem anderen die Schuld, oder? Jedes Mal, wenn du Ärger hast, wartest du einfach auf deinen Daddy und vertraust darauf, dass er dir hilft, hm? Ich sag dir mal was. Dein Daddy ist nicht hier. Halt's Maul! Ich bin ein guter Soldat! Ich bin ein guter Soldat! Du bist ein wertloses, verficktes Stück Scheiße. Ruhig, komm schon. Komm, Vaughn! Gib mir deine Waffe. Na los! Worker. Was ist da jetzt los? Alter. Also mit den Ärmern jetzt? Was bockt der gerade noch? Geh mir an. Worker, was? Was hast du getan? Er war erledigt. Jetzt ist erledigt. Davon abgesehen, hätte ich das wertlose Schwein nicht umgelegt, wäre bald das ganze Dorf hinter uns her. Das ist scheiße, Walker! Das ist wieder eine coole Sequenz gewesen. Ja, der, der bemüht, man merkt, der bemüht sich sehr. Kennst du ja. Und er macht's auch gut. Also alleinschritte Synchronstimme. Ja, du hast nicht ausgesagt. Deshalb war er nicht im Knast. Ich hätte etwas sagen müssen. Wieso war ich nicht das so? Jetzt säßen wir jetzt nicht in dieser Scheiße. Nein. Es war richtig. Sag das meinen Leuten, die er erschossen hat. Hast du was zu Scal? Das hier habe ich aus einem Labor. Alter, die Schritte sind da schon ein bisschen weiter weg. Also, der hat einen Schritt gemacht und dann hat man zuerst gehört, dass er einen Schritt gemacht hat. Was ist da los, Leute? Was ist da los, Leute? Dieses unterirdische Labor muss noch intakt sein. Sehen wir es uns an. Ich weiß nicht. Ich würde gern Walkers Männer auskundschaften. Rausfinden, was er vorhat. Wenn du bekannte Gesichter siehst, glaub nicht, dass sie Freunde sind. Ein guter Rat. Wir treffen uns dann hier. Na dann, gut zu wissen. Dann zeigt gleich mal. Wir müssen... Wir haben das jetzt einmal abgeschlossen. Das Geld unterwegs. Ein Satz abgeschlossen. Das muss man ja schon mal feiern, oder? Ich würde mal sagen, super. Grandios. Geil. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir widmen uns. Da man scheint wieder die nächste Aufgabe. Oder was? Wir... Ah... Zum Hauptsitz ist das... Okay. Lassen wir das einmal ganz kurz stehen. Was haben wir denn noch? Wir haben irgendwelche Fraktionsmissionen. Genau. Okay. Das ist Kapitel dies, der ist jenes. Ein langer Weg zum Sieg. Ähm... Waffenschmuggel. Okay, interessant, dass man das wiederholen kann. Okay. Und dann haben wir noch so ein Hauptding mit Matt Schulz. Ah, okay. Ja, dann werden wir das gleich einmal machen. Und da werden wir wahrscheinlich dann eh wieder zu unserem Hauptding wieder zurückkehren müssen. Ah, interessant. Töten Sie, gehen mit einer Feuerwaffe, stören Sie gegnerische Drohnen, töten Sie Gegner aus. Oh, das werden wir da wohl hinkriegen, oder? Oh, das werden wir hinkriegen. So. Ah, da ist auch schon zu quer. Perfekt. Was haben wir denn da neigst? Es wie... Was? Viermal ist es. Er hat zwar nicht viel Schuss, aber... Ich hoffe mal, dass... Das... Nein? Das ist falsch. Ist das wenigstens ein schönes Kapperl? Das war nicht der schönste, aber immerhin. Oh, IP-Boost auch noch, bist du neulich? So. Wir haben gleich drei Stücke, haben wir gleich. Na, schau. Dann machen wir das gleich mal mal hinten überleben fertig. Dann machen wir das fertig. Dann machen wir das fertig. Ah, sagen wir gleich mal mit vier Stämme komplett fertig. Ist ja auch was Feines. Da hat sich natürlich auch wieder was getan. Okay. Na, ist sicher nicht schlecht. So, da werden wir natürlich zu einem dann hinschauen. Wo ist es da? Ja. Einfach nur anzeigen, wo was ist. Wurscht. Okay. Zum Hauptsatz der Scale Foundation. Oder wir machen das gleich. Also wenn wir schon dabei sind. Eigentlich ja, fix. Dann schauen wir gleich mal, dass wir das mit dem Skeller fertig gehen. Ja, wir sind nicht. Wir sind nicht. Also solange wir die Mission dann noch schaffen, was so nicht, welche Schwierigkeitsgrad die sind. Aber die haben schon einen guten. Die haben schon einen guten Schwierigkeitsgrad. Gut, dann würde ich das gleich anheften. Dann würde ich das auch anheften. Okay, dann könnte man eigentlich auch mit dem Fall beides. Aber in dem Fall ist halt natürlich die Hauptmission. Die natürlich. Na gut. Passt. Na schau. Dann. Wir haben es ja eh nur zu weit. Zwei Kilometer.